Vielleicht doch kein Covid, nur Gott weiß mehr. Ich habe mich nicht testen lassen. Es ist gefährlich. Und Sie wissen, dass der Körper sich selber abwehren kann. Ich dachte immer, wie froh ich war, dass ich Ergänzungsmittel nehme. Ich möchte sagen, dass dieses Produkt essentiell für jeden ist, der bereits schon viele Jahre an Lebenserfahrung hinter sich hat. Lilia, hallo. Hallo, Alexander. Warum ist Ihr Skype-Name Lada? Ich mag den Namen, obwohl ich Lilia heiße. Lada bedeutet, man kommt gut vorwärts. Okay, lassen wir es dabei. Wir nahmen Kontakt mit Ihnen auf, um kurz Ihre Erfahrungen, Ihre Synthesit-Einnahme, Ihre Beobachtungen und Gefühle in einem Gespräch zu besprechen. Für die Person, die es nicht kennen, werde ich es kurz erklären. Es ist ein bioaktives Mineral, ein Eisen, eine Erfindung 2019. Seit 2020 verkaufen wir es und ca. 40 Verbesserungen unterschiedlichster Art konnten wir feststellen, an Personen, die es einnehmen. Zum Beispiel Einschränkungen allergischer Symptome, Regenerierung des Hautbildes und der inneren Organe, Hören, Sehen, Riechen, Stimmung, Effizienz. Im Allgemeinen, die Qualität des Lebens verbessert sich. Und zusätzlich haben wir auch Berichte dazu, dass Synthesit die Anzahl an nützlichen, gesunden Stammzellen erhöht. Und letzteres haben wir Aussagen zur hohen Antitumorwirkung von Synthesit. Aber genug mit der Werbung. Sagen Sie uns, wie Sie Synthesit einnehmen, wie lange, welche Beobachtungen Sie machten. Erzählen Sie uns bitte. Bald werde ich 58 Jahre sein. Ich nahm bis jetzt nur eine Packung und die Ergebnisse sind großartig. Ich werde es weiter einnehmen. Und ich kann über mich sagen, dass ich... Ich habe mir sogar Notizen gemacht. Krampfadern und Gelenkprobleme, graue Haare. Schauen Sie sich meinen Ansatz an. Er begann dunkler zu werden. Und vorher waren Sie komplett weiß. Lilia, sorry für die Unterbrechung. Für die Zuschauer, die uns das erste Mal zusehen, Sie sagten gerade etwas über graue Haare, dass sie dunkler geworden sind. Ja, das kommt durchaus als Ergebnis vor bei manchen Personen. Nicht zu 100 Prozent bei allen. Aber es gibt einen Prozentsatz an Leuten, bei denen aus irgendeinem Grund die Haare dunkler werden. Aber wir können nicht sagen, dass dies ein 100-prozentiger Effekt für jeden ist. Denn wir wollen keine falsche Hoffnung an Leute setzen. Natürlich. Aber der Körper arbeitet auf Art und Weise, dass er beginnt, seine schwächsten Teile am Körper zu reparieren. Und deswegen verdunkeln sich bei manchen die Haare. Aber machen wir mit ihnen weiter. Nun, wie Sie wissen, ich fing gleich an, es zu nehmen und sobald es bei mir in der Post war, ich nahm es sofort. Weil meine Knie sehr wehtan und die akuten Schmerzen verschwanden nach einer halben Stunde. Es war so angenehm, praktisch wieder in der Lage zu sein, ohne humpeln zu laufen. Keine Schmerzen, kleine Schmerzen gibt es immer noch, aber nicht so stark wie zuvor. Und dann, ich hatte eine Erkältung, ich schwamm im Meer, es war warm, aber trotzdem kriegte ich eine Erkältung. Und wissen Sie, ich erlebte es überreichenderweise nur in einer milden Firm, ohne Medikamente, da ich nicht den Bedarf danach hatte. Und die einzige Sache, ich nahm Perfex zweimal, um die Symptome zu lindern. Ich hatte eine laufende Nase, das ging weg. Und alles andere ging von alleine weg, absolut alles, ganz alleine. Zu den Krampfadern kann ich noch nichts sagen, da ich hier noch keine großen Änderungen sah. Es ist noch zu früh nach einer ersten Packung. Ich fühle mich stärker, ich komme jetzt nach Hause und bin nicht mehr erschöpft wie zuvor. Ich kann immer noch was machen. Und deswegen will ich es auch nicht nur für mich kaufen, sondern mindestens eine Packung auch für meinen Mann, um zu sehen, was das Ergebnis ist. Denn er hat Diabetes und keine Energie mehr. Und deswegen wissen Sie, es ist schwierig, Interviews zu führen, besonders als Video. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass dieses Produkt essentiell für jedermann ist, der bereits viele Jahre an Lebenserfahrung hinter sich hat. Und ich würde es genau denen empfehlen. Natürlich, jeder entscheidet für sich alleine, jeder hat einen eigenen Körper. Aber die Tatsache, dass sich meine Haare verdunkelt haben, ich bemerke es erst vor kurzem. Und das ist ein sehr signifikanter Fakt für mich. Ah, was noch? Meine Haare fingen an zu wachsen und dicker zu werden. Zuvor war es nicht so. Und deswegen freut es mich, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe und Synthesit kaufen konnte. Vielen Dank. Haben Sie irgendwo gefechtes Synthesit gesehen? Sie wissen, über das Internet erhält man alles mögliche Nachrichten. Ich erhielte etwas durch den iSpeak-Kanal. Sie schrieben sowas, das war schon irgendwie falsch. Um sicher zu sein, jede Packung kann verifiziert werden. Jede Büchse ist durch eine Nummer geschützt. Wie man Synthesit erhält, kann man diese Nummer auf unserer Seite kontrollieren. Und aus statistischen Gründen sind wir immer froh, wenn Kunden diese Funktion auch nutzen. Ich habe es kontrolliert. Ja, danke vielmals für Ihre netten Worte an uns. Unser Produkt ist recht phänomenal, interessant. Zu den Krampfadern machen Sie sich keine Sorgen, denn es gibt in der Tat Fälle, bei denen Krampfadern anfingen zu verschwinden. Und das schon nach der ersten Dosis. Aber wie gesagt, der Körper nutzt alle seine Energie und fängt erst an, die schwächsten Stellen am Körper zu reparieren und macht dann gewisse Zeit mit anderen Teilen weiter, die nicht so wichtig sind. Und ich fühle es in meinen Adern. Ich hatte ein vibrierendes Gefühl wie Gänsehaut. Es war sehr angenehm. Und die Hauptsache war, es hat nicht wehgetan. Ich realisierte, dass irgendetwas mit meinen Adern passiert. Ich war sehr froh. Ja, Schritt für Schritt. Noch eine Sache. Sie sagten, Sie haben keine Schmerzen mehr in den Knien. Warum? Weil Synthesit eine starke entzündungshemmende Wirkung hat. Es gibt auch wissenschaftliche Daten, so wie die, dass Entzündungen abklingen. Wie lange nach der Einnahme dauerte es, bis Sie wieder normal laufen konnten? Oh, ich vergaß. Aber bereits nach einer halben Stunde waren akute Schmerzen weg. Ein stechender Schmerz besteht immer noch, aber nicht mehr sehr stark. Man kann damit laufen und es war schon recht schmerzvoll. Ich erinnere mich nicht. Entschuldigen Sie. Okay, wir werden unsere Zuschauer nicht täuschen. Aber zur Erkältung, wie oft werden Sie gewöhnlich krank und wie behandeln Sie es? Oh, eine Erkältung, das ist schwierig. Meine Temperatur zeigt bis 38 Grad und mein Kopf ist ganz leicht. Es ist sehr angenehm und ungewöhnlich. Ich habe eine laufende Nase und Schnupfen, das ist alles. Mein Kopf fühlt sich nicht schwer an. Und wissen Sie, meine Gelenke tun nicht weh. Ich fühle keine Schmerzen am Körper. Vielleicht war es auch keine richtige Erkältung. Wer weiß. Zuvor ist mein Mann mit einer laufenden Nase nach Hause gekommen. Ich werde sehr selten krank, weil ich viele schwimme. Ich bin eine Schwimmerin, Schmetterling und Brustschwimmen. Das Meer ist sehr nah. Ich werde selten krank und ich denke, es handelt sich um keine Erkältung. Es war irgendein Virus und trotzdem kam ich damit klar. Mein Körper konnte es abwehren. Ja, der Körper erhält neue Stammzellen. Die Immunität ist gestärkt. Okay, ich werde nicht länger Ihre Zeit verschwenden. Ah, vielen Dank. Eine Sekunde, eine Sache noch. Ich habe vergessen. Das Problem beim Covid, vor dem jeder Angst hat, ist, dass es Blutgerinnsel verursacht. Und ich weiß, dass Synthesit blutverdünnend ist. Und als das beste Medikament gegen Covid sind Blutverdünner. Und ich denke, dass ich wahrscheinlich nicht mit einer Erkältung kämpfte, sondern mit einem Virus. Vielleicht Covid, vielleicht nicht. Ich habe mich nicht testen lassen. Es ist gefährlich. Ach so, der Körper konnte sich abwehren. Und ich bin immer noch froh, dass ich mich für Synthesit entschieden habe. Und auch dafür, dass Synthesit das Blut verdünnt, hat es trotzdem, wie gesagt, einen Entzündungshemiteffekt. Und genau deswegen verschwindete die Entzündung, die auch die Lungen bei einer Viruserkrankung beeinträchtigt. Aber wissen Sie, ich mache das immer noch, weil es eine Art Angewohnheit ist. Und obwohl meine Nase jetzt frei ist, ich atme frei. Gut, danke vielmals. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, weiterhin Genesung verjüngen und dass Sie Ihre Haare weiter auf interessante Arte verwandeln. Großartig. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.